In anderen Nachrichten spreche ich mit Wulfgang. Wulfgang kommt aus Hamburg und hatte letztens Wochenende eine Verhandlung. Wulfgang, danke, dass du mit mir sprichst. Was ist mit dir passiert? Ja, am Samstag ging ich mit meiner Freundin zu der Kneipe im Nacktclub, aber als ich aufwagte war ich ein Insekt, ich hatte eine Verwangenung. Wow, sehr interessant. Welche Art von Insekt? Ich war ein Cricket. Wow. Wulfgang hat am Samstag Nacht viel Bier getrunken. Er hat jedes Wochenende eine Verwandlung. Ich bin ein Cricket. Ich konnte viele Menschen erschrecken und über meinem Hause kriechen. Jedes Sonntag hatte ich sehr schwer Kopfschmerzen, aber ich konnte von Wahn zu Wahn springen. Er ist immer verrückt. Warum bist du er? Er will deine Aufmerksamkeit. Okay, vielen Dank, Wulfgang und Freunde. Das ist eine wunderbare und schaurige Geschichte. Als nächstes haben wir eine Geschichte für Sie. Ein neues Kebab-Restaurant ist hier und Leute reden davon. Ein Kebab mit allen drei Saucen und extra Zwiebeln auf. Mach mir gleich einen großen, der Magen knurrt wie Sau. Ich so rum, hab die Schnauze voll, der Magen ist leer. Und ich merke schnell, dich hatte ich seit Tagen nicht mehr. Bei so großem Hohen. Nicht alle Menschen sind glücklich, dass ein ausländisches Restaurant im Kulturviertel geöffnet ist. Das Problem ist, wie gut die Kebab schmeckt. Es ist unglaublich. Es hat einen Preis für den besten Geschmack. Meine Freunde, haben Sie das neue Restaurant gehen? Was? Was ist der Name des Restaurant? Kebab King. Kebab King? Es schmeckt so gut. Natürlich sind Sie der König. Du sollst gehen und selber probieren. Okay. Sie hören es hier erst. Und jetzt die Sport mit Kyle Bailey. Tschüss. Heute werden wir mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sprechen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist die beste Mannschaft in der Welt. Hier sind Adolf Oeben, Wilhelm Simstretten und Josef Gauschel. Oeben kommt aus FC Schalker. Simstretten kommt aus FC Bayern Münich. Und Gauschel kommt aus TUS Nühendorf. Sie sind alle Stürmer von der Mannschaft. Es gibt viel Druck, dass sie in den Olympischen Spielen gewinnen. Wir fragen die Spieler, wie sie sich fühlen. Ich bin ein bisschen nervös. Diese Olympischen Spieler sind sehr wichtig für das Land. Ja, ich fühle mich sehr gut. Ich denke, dass wir gewinnen werden. Wer weiß, wie wir das tun würden. Wenn ganz Deutschland weiß, dass wir unser Bestes tun würden. Ja. Wir werden sehen, was wird passiert. Für jetzt Tschüss. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020